hey genas und herzlich willkommen zu einer weiteren runde kingdom come deliverance und wir sind schon mal vorgeritten weil das reiten wollten wir euch jetzt ersparen von hier talenberg bis hier hinten hin südöstlich von uschütze und suchen jetzt in diesem kleinen wald stück nach den ja ihr habt das richtig geraten kuman immer jetzt ein bisschen sneaky vor kauerndes chameleon jetzt habe ich so gut wie nicht sichtbar kauerndes chameleon kauerndes ich bin doch noch bevor der bei den anderen es kommt 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 ja ja mann nur die geheimen kilt Prozent das wird so ich bin schwer traurig die Katastrophe schätzt No. Ha. Woah. Stop. 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 Woah. Okay. Stop. 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 Firkası yasınış mı ya? Hah. Hep ben kurtarız. Huf. 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 Sağ ol. Cık. Huf. 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 so und diesmal wenigstens mehr wir wissen also wo das Lager ist ich stelle mich ein bisschen dämlich an bei den Kämpfen durchgestehen ich kann mir auch nie die Kombos merken die ich ja eigentlich kündigste sondieren wir hier mal die Lage ein wenig das sieht nach insgesamt zwei weiteren aus das Problem ist wenn ich an einen ran gehe ok es sind drei wo geht er jetzt hin wenn der wieder zurück kommt und man hier lang geht das wäre das allerbeste und 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 warte mal das nutzen wir jetzt mal aus dass beide weg sind und 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 jetzt müssen wir ein bisschen weg gehen ich weiß nicht, was du da sagst, aber es bringt dir nichts. Ich weiß auch nicht, was der andere macht. Ich mache anscheinend Urlaub oder so. Ich weiß nicht, was der andere macht. Ich weiß nicht, was der andere macht. Jetzt geht der aber hier lang. Ich weiß nicht, was der andere macht. Jetzt sagt mir noch mal einer, wo der letzte von euch ist. Hier geht ja ganz merkwürdige Wege. Ich weiß nicht, was ich bin. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich hab' geschüttelt. Ich hab' sie gesehen! Oh, verdammt! Wieso kann ich die nicht abheben? Nichts! Hä? Das ist alles, was du machst! Oh, ich hab' sie gesehen. Oh, ich hab' sie gesehen. Oh, ganz gut. Oh, komm, ist das alles? Ach komm, ist das alles? Ach, komm. Scheiße. Das wird in den Bischen nerven. Piss off. Ah. Am I not close? was der anführer das da auch sonst nichts nicht so arm ist nicht zu fassen aussetzen auf geht's per schnellreise halt die zwei räuber die da sind mit dem wollen wir jetzt nicht unbedingt anfangen so ein wenig schwergetan haben uns schönen tag das lager ist geschichte hast du den beweis ja hier gute arbeit sehr gut ein paar köhler aus dem lager im süden waren hier wie es scheint haben sich ein paar komanen dort entlang des weges bald gemacht und leute angegriffen kümmere dich darum ich verstehe ich habe tropäen das hat dieses pack verdient so ja was heißt das für uns wir steigen also wieder aufs pferd oder ist direkt in der nähe das ist schön nehmen mal mit heute hier in der kappen so ich bin in der nähe von thallenberg dass sich daran nicht selbst um kümmern das kraft da muss immer die ein mann am so hier ist dass wir bereits oder so und bleibt immer hier da kommt wo ist das lager das wird da ganz unten wahrscheinlich sein da ganz unten dahin nincsak nincsak mi bújt itt elő nabasztamek aber bei ihm kam gar nicht dass ich die Sneaky Ach sooo, ist okay Du wirst dich mit mir ein wenigstens? Ich bin ein wenigstens. Ich bin ein wenigstens. das da und der rest den brauchen wir nicht wir haben ja lustigerweise die fähigkeit uns schneller zu heilen deswegen geht unsere gesundheit auch immer weiter auf obwohl wir getroffen wurden oder sind diesmal fünf es sind sechs es sind sieben machen wir das mit einem anderen was ist los ich bin ein bisschen weg du schreiß mehr zu viel Okay. Okay. Ah, so jetzt hab ich mal eine richtige Kombo gewusst. Ah, okay. Wieso kann der einen Konter setzen, während ich ihn konter? Fuck. Fuck! Fuck! Ah, Mann, Mann, Mann. Oh, ah. Oh, ah. Ich bin der Mann. Ich bin der Mann. Ich bin der Mann. Ich blocke doch! Oh mann... Oh, ich muss echt langsam aufpassen! Leon, bei ya te! Du Pisser! Oh, war das ein anstrengender Kampf, ey! Oh! Der war halt echt anstrengend! Aha! Wo waren die andere Leiche? War die das? Ja! Oh wei wei! Ja, da haben wir ordentlich einen wegstecken müssen! Aber wir haben ja, wie Superman, ordentliche Selbstheilungskräfte. Hm! sie seht auch ein bisschen dörrfleisch die verletzung geht bei mir langsam weg auch die kopfverletzung im bildschirm ist nicht mehr ganz so tiefrot ja also ich heile tatsächlich wir sind jetzt bei der gesundheit 53 54 so geht das nur da hinten ist das lager und noch ein paar weitere commanden sind da unten alleine läuft schon einer ja 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 Jock! Jock! Hahaha! So, den hab ich jetzt, äh, überrascht. Oh, da oben. Geht nem laden! Hier, du! Oh! Ha! Ein Bogenduell. Okay, komm, machen wir das. Ich hab den mitten in die Brust getroffen! Oh, jetzt hat er mich auch getroffen. Ich hab... Oh, fuck it. Oh, fuck it. Oh, ne. Oh, ne. Na gut, Kinder, das tue ich euch nicht an. Ich mach jetzt im Grunde genau das gleiche nochmal. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao! Ich hab Elf. So... Diecke!